ja willkommen mein name ist dann die rollp und ich begrüße euch zurück zu let's play out 4 zusammen mit den unglaublichen strong jetzt sagen sollen den unglaublich starken strong natürlich irgendwie weiß nicht es wäre lustig gewesen ich fand es lustig ok ja in der letzten folge haben wir das gebiet hier um ehrlich gesagt nur so ein bisschen erkundet und jetzt sind wir ja bei dem vorliebs was auch immer dingen und wir sollten hier ja dieses chem laboren noch untersuchen und da machen wir mal weil wir haben ja noch die mission offen mal gucken dann werden wir ein paar waffen zu leute seiten damit ist die mission vorbei geil okay wahrscheinlich wieder nicht ob das moralisch richtig war was hier mache egal aber die tun illegale champs herstellen also nehme ich mal an es ist ok ok soviel dazu gehört wo ist jetzt jetzt war es mal bei vorliegt für verarbeitung zur lage nein damit da war ja es mental medics psycho ein bisschen mehr ja warte kommt schon wo ist der jackpot hier ich nehme waffen mit vielleicht bringt hat für strong aber anscheinend auch nicht ja er ist die ganze zeit im ding ins labor ja auch bei mir immer in den ganzen chem labors vielleicht durch ein paar champs herstellen mal gucken auf level habe ich auch nicht vergessen ok dann lasst du er mich aufleveln dass ich noch stärkere schleich an die verbarer wird hier ninja deine fähren schleicher verfahren den dreieinhalb fach normalen schaden der nahkampf schleicher für den fünffachen normalen schaden damit weil der zehnfache schaden die fähigkeit hatte ich ja auch da war glaube ich irgendwie schon der volle rang von ninja weil die meisten sachen konntest du nicht mehrmals aufleveln und da was dann was das sozusagen bedeutet ist jeder nahkampf angriff der irgendwie ein schleich angriff ist ist mehr oder weniger an bonnet kill wenn du eine richtig fette waffe noch hast richtig fette nahkampf waffe und dann nahkampf schleicher auf machst dann ist der gegner weg so kommen wir mal sagen magst du jetzt wenn ich drogen herstelle bevor ein pferd auf jet hinzugeführt jet entfernt nix auf tats nix das ist jetzt mein labor herbert wird sehr schwierig mit strong vor allem ich werde kein ding jetzt machen keinen fortschritt habe ich immer wieder irgendwie an terminals dann bin die ecke oder anderen schlössern und ja der wird dann immer wieder dagegen sein ach jetzt kann ich da rein wird es kann ich ihn hat gesamte dinge ein ich glaube der sechste part den ich heute schon aufnehme aber ich habe mir acht platz sowieso vorgenommen weil dann müsste hat nämlich ausreichen wenn ich so vor dem addon hier fertig bin mit den ganzen sachen hier vor mir auch nicht wie du mal hoch runter ich gucke um was hier los ist das liegen da habe ich mir eine fähigkeit gibt es auf jeden fall irgendwann kampf spezifisch oder nachkampf schaden obwohl davon habe ich schon ehrlich gesagt genug nicht sehen müssen sein weg jetzt so gut kollege das habe ich gesehen wie stellen wir immer so vor ist gar nicht dass man sich so schild bewegt jetzt von gefällt es ja wenn ich leichen verstümmel die hat gefallen strong war mal sind mir ich zu schwer kollege schon wieder wieder nichts alter der macht ja mit einschlag fällig noch ein bisschen übertreiben mal das ein protector da sind das sind das der kam also nicht gesehen hat hat für eine dinge hatte der feiner war bezeihe oder was weiß ich erste helfe keine ahnung war ja fusionskern der stimmt aber ich gar nichts jetzt so in arbeit ich auf nähe was ich mache oder so muss man echt irgendwo mal milch finden gucken wieder darauf reagiert mag er ist wenn ich klaue kann ich mir jetzt nicht so vorstellen ich kann auch nicht nur durch leichen fressen irgendwie zuneigung bekommen muss doch noch irgendetwas anderes geben irgendwie sehr tief untergefallen mal sprengstoff warum benutzt du ihn nicht ich war ich war schon was brauchen jetzt nicht gebrauchen können sprengstoff gefällt ihnen auch nicht hier gibt es noch nicht ich sollte auch mal mit so einem hammer umlaufen und andere kaputt hauen das ist gut für dich aber dann habe ich den jetzt getriggert ich habe den da unten getriggert hallo mal ein klickschen dinge zu machen schleicher angriff das ist ja schon alle tot man damit du es nicht ich weiß dass du diesen tesor da siehst du es nicht sagt er mir da so das wäre es aber hier ist voll viel munition zu töten hat gefällt mir nicht ich habe munition aufgenommen verdammt zum töten dieses ding was du so gern magst okay der ist noch nicht getriggert ja da kannst du mir doch jetzt zustimmen jetzt eigentlich noch sagen ganz anderen du bist das war der schaden von man okay anscheinend nicht immer also irgendwie gar nichts mehr direkt und mir glück hat der protektor immer also folgt in zeit wie auch wobei kommt woran bist du denn ja ein tonkopf schädel fällt mir nicht das ist ein ganz großer maka nicht folgungsform aber ich plane was voll geil ist ne und dann kommt so ein einziger gut und habe mich die ganze zeit kaputt direkt ja das ist nicht gut ich dachte da wird die brandspur gehen zünden aber nein damit herr damit danke ja ja schon wieder der fleisch verkäufer auch den hat strong sehr gut das ist ganz so stark das sagt da wird viel stärker dieser buch mal hier lacht nummer kann ja in so einer pose sterben er hat sich um alle in den raum gekümmert sehr gut gemacht ich glaube gleich bolzen ist munition also wenn es brauche ich hier wäre wenn ich auf jeden fall tot gewesen wenn ich mal ein anderer mitgenommen werden wir glaube ich dran gewesen ich glaube strong soll der einzige der irgendwie rüstungen und waffen und also was hat also ja ich glaube er ist der stärkste kraftat den ich habe da war ich ja hey was denkst du wie es jetzt zwischen uns die andere menschen schlau aber schwach von bleiben jetzt bei menschen okay sind wir ja fertig und schauen sowieso nicht eine aufgabe gut dann nehme ich mal an gehe ich hier raus das wird ja nicht drin sei als ein magazin also gehen wir raus ja ich habe jetzt ein verbesserte risk ausgewehr das gegen menschen effektiv ist macht sogar halbwegs sinn wenn ich mir stärke von v3 hier anschaue ich glaube ich muss man googeln was noch strong gefällt weil so wird das nix ich bin schon wieder irgendwie einbunkern aber ich will ihn auch mal geschafft haben wir sind auch voll viele gebiete die ich nicht erkundet habe wenn ich erkundet habe aber was soll es general atomics fabrik war zum beispiel hier schon mal eingerahmt machen wir das für den einen typen oder dieser volkern an einen ort wo ich noch gar nicht war dann nach ab nach ab ab nach volt 81 wenn er jedoch in eng getrieben wird kann natürlicher gegnern sein ja weg weg ich ignoriere die und die kommen die ganze auf mich zu greife mich noch nicht mal an die bleiben einfach mal in der nähe und sind einfach nur da ja mal so gut also nicht im gebiet drin anscheinend das ist irgendwo irgendwo offen anscheinend weil sonst wir zeichnen irgendwie anders wenn man nur im weg bis dahin erst mal machen ich will mal ja meinen verbesserten schlöchern griff noch benutzen sie irgendwas was getötet werden willkommen schauen ja mal dahin waren wir da schon ich glaube da waren wir schon ein ne da machen wir doch nicht obwohl vielleicht den gegner wieder neu respond oder so keine ahnung hat gesehen da gibt es doch nicht 3,6 verarschern aber der erste schluss da war voll die verarschung weil gerade wo ich schieße mir bleibt ihr so stehen und denkst du wir machen hier noch extra in dem spiel das wäre da sein wo wo warte von wie weit auf ihn vielleicht gefällt es ihnen ja andere töten wenn ich ihnen fehle andere zu töten mein gott vielleicht kann ich ihnen ja befehlen leichen zu fressen wo liegt ja jemand guck nach ob sie was interessantes hatte wenn sie strong nicht können aber noch mehr wo sind die alle hey schnappt ihr was nützliches nein okay hier genau welche muss ich von dem blödsinn schon wieder sterben dann habe ich das letzte mal gespeichert gespeichert nachdem ich die getötet habe nachdem ich die untersucht habe ja 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 juli ne schnapp ne 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 ich ja da habe ich doch mal ganz schnell ab so hat darunter gefallen also an uns zählt mich nicht ja hier haben wir irgendwas das ist also hier verteilt anscheinend listing anwesenden ohne ein nicht mal ja doch schon wieder leuchten schaden mensch ach das ist nur mein pit boy na wo dann möchte ich sagen diese baseball artefakte werden wir in der nächsten folge dann finden suchen was auch immer ich bedanke mich alles für die zuschauer und sagt tschüss bis zur nächsten folge